Ah, was für ein schöner Morgen. Ich sollte mein Seelgras mal gießen. Ah, guten Morgen, Gary. Ich freue mich schon auf Weihnachten 2019. Hey, Thaddeus, freust du dich auch schon auf Weihnachten 2019? Wir hatten erst Weihnachten und außerdem ist das erste in einem Jahr. Hey, Patrick, freust du dich auch schon auf Weihnachten 2019? Spongebob, wir hatten erst Weihnachten und es ist erst in einem Jahr. Ach, Quatsch. Hey, Sandy. Howdy, Spongebob, was ist denn? Freust du dich schon auf Weihnachten 2019? Das ist doch erst in einem Jahr. Hä? Weihnachten 2019 ist in einem Jahr. Oh, Gott. Was führt der jetzt schon wieder am Schild? Miau. Hey, Patrick, Spongebob geht nicht gut. Du solltest ihn aufhalten. Also, Quallen, ich habe euch zusammengefunden, damit ihr euch von Spongebob fangen lasst. Hey, Spongebob. Ja, Patrick. Willst du mit mir Quallen fangen gehen? Fang eine. Okay. Ihr solltet euch doch fangen lassen. Das Handy, nichts ist nach Plan gelaufen später. Ich habe eine Idee. Danach. Hey, Spongebob. Ja? Willst du mit mir in der Rakete fahren gehen? Den Patrick noch mit? Liebend gern. Nochmals später. Okay, dann steigt ein. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Juhu.